Die Sahara ist eine der größten Wüsten der Welt und liegt in Nordafrika. Vor allem im Winter gibt es dort teils heftige Stürme, die Milliarden kleiner Sandkörner und Staubteilchen sehr hoch in die Luft wirbeln. Dieser Sahara-Staub wird dann durch den Wind weggetragen, je nach Wetterlage sogar mehr als 2000 Kilometer zu uns nach Deutschland. Hier färbt sich der Himmel dann leicht trüb, wenn wenig Sahara-Staub in der Luft ist, oder orange-rot, wenn es viele Staub- und Sandteilchen zu uns geschafft haben. Wenn es dann regnet, können wir den Sahara-Staub sogar noch besser sehen, denn der Regen spült den Sand aus der Luft und verpasst damit vielen Autos einen neuen Anstrich. Wegen seiner orange-roten Farbe wird der Regen dann auch Blutregen genannt. Auch wenn sich viele eurer Eltern vielleicht über den Sahara-Schmutz auf dem Auto ärgern, der Staub hat auch eine sehr nützliche Aufgabe. Denn im Sand sind viele Nährstoffe enthalten, die zum Beispiel Bäume und andere Pflanzen zum Wachsen brauchen. Der Sahara-Staub ist also so etwas wie ein natürlicher Dünger. Der Sahara-HHH-Arum